Was ist das? Herzlich willkommen und ja, ein sonniger Morgen in dem Minecraft Ländchen und wir beginnen unsere Reise mit einer wunderschönen Pilzkuh. Und der Maurice ist mit dabei und hat die Pilzkuh getötet. Dein Blick, alter. Das ist so'n grimmischen Blick. Was machen wir jetzt? Die Sonne geht unter. Du hast mir die Antwort noch nicht geantwortet. Mit dem Skin? Ja. Hab ich ne blaue Hose an? Ja. Und ein weißes T-Shirt und ein rotes Stirnband. Was? Ja. Wie kacke seh'n aus? Okay, warte. Ja, wir haben jetzt so lang rumgedeilt. So. Der T-Shirt. Wollt's wieder haben. Äh. Wie ging das nochmal? Mit Kuh glaub ich. Ich hab dich mit nem Date beworben. Ja, das ist nämlich schon ne Weile her, wo ich das letzte Mal Minecraft gespielt hab. Und ich bin da sowieso so ein Mr. So, Sarah, das weiß ich nicht. Wollen wir fun. Also Sarah, wollen wir richtig überleben spielen oder wollen wir einfach nur scheiße machen? Erstmal überleben und wenn's uns zu blöd wird, machen wir ein bisschen fun. Okay, dann einfach versuchen so viel Holz wie möglich zu sammeln. Okay, mit einem Steak. Ich mag's halt gern Holz hier. Hm. Ich muss hier die Musik, äh, Gesamtlautstärke ein bisschen runter stellen. So. Und zwar seit diesem Durchlauf mit dem Mauer-Dings läuft Minecraft wieder flüssig. Ähm, wie ließen eigentlich bei Loll heute? Äh, wie meinst du mit Legs? Ja. Null. Außer halt meine Maus. Also außer das übliche halt so mit der Maus. Ja. Aber meine Maus, die hängt irgendwie nur noch abends. Bestimmt, weil sie dann irgendwie zu warm wird, keine Ahnung. Alter, wie hoch kann der bitte abbauen? Wie geht das? Hey, bring mal kurz. Bring mal kurz. Bleib mal. Nein. Gut. Spring nochmal. Weiter. Ah. Weiter, weiter, weiter. Ups. Ich komm ran. Ich hab auch lang keinen Minecraft mehr gespielt. Ich hab erst seit gestern wieder angefangen. Na ja, fangen wir beide ein bisschen neu an. Ähm, haben wir eigentlich Frenzy Fire oder können wir uns angreifen? Hast du doch grad schon gemerkt. Was? Hätte ja sein können, dass es keinen Schaden macht. Ja doch. Ich, ich könnte es ausmachen, aber... Nee, lass mich mal. Ich sammle Holz. Ähm, ich mach noch fix was an, dass wir, wenn wir sterben, unsere Sachen nicht verlieren. Ach gut. Aber das hat doch dann mit Überleben nichts zu tun. Ist aber kacke. Ich hab nen Baum gefunden. Oder soll ich's weglassen? Wie du möchtest. Wie du möchtest. Gut. Ich hab nen Huhn. Ist ja vorn grad lang gelaufen. Hm. Hm. Screenshots gingen ja auch auf F12, ne? Pff. Das weiß ich gar nicht mehr. Hm. Auch auf, äh, da unten diese Herzsch... also womit man die Herzen schreibt mit den Pfeilen da, da kann man Screenshots, glaub ich, machen. Auch. Ja. Die Tasse hab ich aber nicht mehr. Bei der Lassatur hier. Weil das ist so ne englische, da ist das nicht drauf. Oh. Na wie ich jetzt sag, du kannst das ja vom Danny abkaufen. Hm. Ach, ich will meine Maus nicht wegtun. Aber die ist halt kaputt. Ja, du kannst ja aufheben so als... andenken. Chila guckt zu. Na ist doch okay. Das ist so gut. So langsinnig sagt und nicht laut ist. Nichts sagen und nicht laut sein, Chila. Ja. Einfach ganz in Ruhe, als würdest du was angucken. Ja. 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 Ich hab so ein... Das hast du mir ja drauf gemacht, dass die... Ach so. Ja gut, okay. Das ist das, was ich dir eingefügt hab. Sind wahrscheinlich die Männer mit dazu, ne? Hm. Weil bei mir hast du, ähm, ne blaue Hose und ein türkises Oberteil. Mhm. Ich bin ja hier mit nem Premium-Account, also mit nem gekauften Minecraft online. Da hab ich eigentlich immer nen... meinen eigenen Skin, aber weil das hier ein Cracked Server ist wegen dir, haben wir halt beide keinen Skin. Schön. Nein, ne. Reifst mir noch unter die Nase. Ich muss mir das erstmal zulegen. Okay, nach dem Baum hier. Wie fährt das nochmal gekostet? Minecraft? Mhm. 20 Euro, also. Mhm. Warum war nicht viel? 1995. Aber es ist jetzt auch ein neues Spiel rausgekostet. Ja, komm. Minecraft-Story-Mode. Hm, das hab ich beim Crong schon gesehen. Das haben wir ja zusammen angeguckt, Mori. Hm, aber das ist kacke. Also ich mein, ich find's richtig cool, aber was ich kacke find, dass es so in Episoden geteilt ist. Hm, so wie Life is Strange? Äh. Äh. Keine Ahnung. Das hast du nicht geguckt. Hm, nur zwei Parts beim Crong. Ja, das sind auf jeden Fall auch nur so Episoden, die dann so nach und nach rauskommen. Ja, genau so. Das ist richtig kacke, find ich. Erst im Januar kann weitergespielt werden. Die erste Episode bei Willkommen für Spain. Vier Parts. Hm. Jetzt müssen wir warten. Hm. Also ich, ich hab gedacht, ich seh jetzt richtig. Ich guck so rein, vierter Part und auf einmal steht dort Finale. Toll, denkst du ja auch, ne? Hm. Naja, die müssen ja auch erstmal gucken, ob's ankommt. Und, äh, hier nach dem Baum, würd ich sagen. Warte, ich holz dir mal her. Kannst mir von unten helfen? Hm, mach ich gerade. Mit meinem Steak. Ich weiß noch, wo wir uns so übel sind, bekoffert haben. Und du mich geärgert hast. Warte, jetzt hab ich ganz doll Hunger. Oh ja, ich hab nur noch drei Fleisch. Also... Gut, komm mal mit. Ganz langsam. Oh, was war denn das für ein Geräusch? Naja, dass eine Höhle in der Nähe ist. Und das ist schon Kohle. Da können wir doch direkt hier hingehen. Gut, gib mir mal dein Holz. Oder? Wie du das anguckst. Du kannst auch ins Inventar gehen und das alles an einem raushauen. Och, das hast du mir jetzt. Na, ich hab extra gewartet. Okay, warte. So. Ich will, ich will essen. Ich hab'n Filz, kann ich dir essen? So, dann, warte mal. Ich mach dir mal was. Hier. Und zwar damit. Damit sammelst du jetzt mal hier so den Stein, bis die Spitzhage kaputt ist. Jo. Und ich. Gib mir mal drei Steine. Das waren vier. Ich kann nicht zählen. Danke. Ja, da kann ich doch direkt ne Schaufel mitmachen. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. so. 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 Du bist so. Und jetzt. Ich hab'n. So. So. Und jetzt. Wo baue ich gerade ab, ey? Ich bin ein Cheater. Hm? Ich bin ein Cheater. Warum? Habt ihr gerade was ins Inventar gegeben? Hühnchen. Dankeschön. Dankeschön. Okay, gut, jetzt müssen wir uns... Okay, es ist gut, dass wir Kohle gefunden haben, weil jetzt müssen wir erstmal... Sag mal, warum man nur den hier ab, den Stein hier nur. Da ist den da, können wir nur Dekoration machen. Okay, gut. Äh, komm mit hierher. Wir bauen uns jetzt hier ein. Okay. 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 Du schönes Haus. Ich habe ein Toll. das ist repariert so eine kacke warum das hattest du vor ich wollte es reparieren oh mein gott licht ich kann immer noch mal schere basteln kuckuck mit zwei eisen ok gut warte weil ich muss mal kurz die musik leiser machen immer wenn wir reden geht hier die minecraft musik los war schon mit früh so da bitte schön und damit krebs jetzt runter bis dann so immer so weiter wichtig nein nicht so ok warte was macht immer so hatte ich versuchte zu zeigen so eine treppe soja guck naja du meinst wie so ne treppe äh immer eins drei drei eins drei drei wie ne treppe ja und ich mach auf der seite hier weiter mal gucken wer als erstes eisen findet ich dachte schon du bist gestorben jetzt weil da so ne meldung kam im chat wenn dir die fackeln ausgehen dann sagt mir bescheid es gewittert so schön so ne höhle ja aber das ist richtig selten in minecraft musik ist selten in minecraft wird das selten in minecraft klicks pilz ich hab das jetzt auch mal gemacht unser joker ich bin bei rotem zeug gelangt zeig mal warte ich komm warte fuck in der höhle ja ok bleibt dort ich warte ich komm runter ok spring nur noch was sieht so ich bin unterwegs das gilt auch wie eisen das gilt auch wie eisen das gilt auch wie eisen hm ich hab noch ne fracke ja jetzt gibt meine mauskarte den geist auf deswegen muss ich kurz k k k k k k k k Ah, jetzt geht sie wieder. Schön. Gut, weiter geht's. Hast du noch Fackel? Ja. Okay, da ist schon mal Cola. Und ich glaub, dort ist Lava und Eisen. Okay. Und ein Skelett. Oh, zwei Skelette. Oh, die haben mich noch nicht gesehen. Gut. Wir haben bestimmt Schiss vom Gewitter. Ja, ich baue die mal hier ein. Okay. Also, an der Wand, wo die Fackel hier oben ist, neben der Lava, nicht durchbauen. Lass uns zwei Skelette dahinter. Okay. Ich glaube, ich habe noch was übersehen, ja. Da unten. Ihr habt noch Eisen runtergefallen. Ja. Beste Deutsch. Ich habe noch Eisen runtergefallen. Achtung, Skelett. Wo? Auf der Ecke hier. Loll! Ich hatte ja nur noch ein bisschen Leben, weil ich vorhin runtergeflogen bin. Okay, gut. Äh, soll ich dich zu mir teleportieren? Mhm. Ja. Oder... Ich glaube, das würde ich sonst nicht finden jetzt hier. Es ist komplett dunkel gewesen. Also, das ist einfach nicht so, das ist einfach. Aber das ist einfach nicht so, was wir jetzt nicht mehr so. Oder das ist einfach nur noch ein bisschen Zeitung, Vielen Dank.